Hi und Herzliches Willkommen zu meinem neuen Video. Das hier ist mein allererstes Video, wenn ich es genauer nehme, auf dem Kanal. Ich muss leider von euch starten, daher YouTube meinen alten Kanal gelöscht hat, weil ich bei Bibisplitter, bei der es die Kommentare voll gespannt hat. Das hier ist mein erstes Video. Ich bin der André, 15 Jahre alt, aus Wien. Ich mache YouTube schon seit über 5 Jahren, habe mittlerweile gar keinen einzigen Cent verdient. Mein alter Kanal hat 150 Abonnenten gehabt, 151 sogar. Und darauf war ich jetzt sehr stolz, habe das heute meiner Mama gezeigt. Und 10 Minuten nachher wurde mein Kanal gelöscht. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, ich bin 15 falsch. Wenn ich gesagt habe, 15, dann wende ich natürlich 16. Ich bin am 17. August 2001 geboren. Ja. Ja. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Also wenn ihr ein Abo da lassen würdet, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Ja, es werden so Comedy, Pranks, Lifestyle, Vlogs, alles Mögliche kommen. Und ich hoffe, wir werden auch bekannt werden, damit YouTube sieht. Mich darf man nicht einfach so aus YouTube rausfragen. Naja, das war es auf jeden Fall schon wieder mit meinem kurzen Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.